So, ich hatte vorher schon ein bisschen rumgetüttelt, sonst bin ich natürlich schon ein bisschen kaputt. Ach nee, das war halt der Speicherstand hier. Ja, das wären wir am Plan. Wir wissen auf jeden Fall, dass wir eine Faser brauchen und Holz, unversehrtes. Ich gucke erst mal, was hier ist. Äh, gut, die Dinger brauchen wir eigentlich nicht. Nur den Halt rein. Oder Verband oder was das war. Die nehmen wir mal alle mit hier. Aber die unheimlichen brauchen wir eigentlich gar nicht. Das ist ja jetzt ein neuer Staat, ne? Ein Blutdorn. So, hier, guck mal was. Flamme der Hoffnung. So, eben, genau. Das gibt uns noch ein zusätzliches Leben, dann haben wir insgesamt fünf. Die scheinen immer da oben zu sein. Flamme der Hoffnung. So, das ist ja jetzt mal gucken. Ähm. Hups. Ob wir eine Faser machen können. Was machen wir denn? Nehmen wir das erst noch mal raus. Oh, nämlich eine Faser. Ähm. Ne. Können wir nicht. Nehmen wir nur das Leben mit. Die brauchen wir für die Axt. Mit der Axt kommen wir dann. Und unversehrtes Holz. Und so weiter und so weiter. So, ja. Wir wissen, dass da oben bei dem Friedhof ein Gefährte ist. Wir sind ein bisschen kält und unempfindlich, ja? Dank unserer letzten Runde. Ich liebe dich ganz toll, Papa. Dankeschön. Ich dich auch. Wirklich spielen. Nein. So. Mal gucken. Und hier war Holz. Das ist aber hier. Mal gucken. Bisschen faul ist. Mal gucken. Haben. Weil wir natürlich keine Nahrung haben. Ist ja hier der blöde Friedhof jetzt gewesen. Da hinten steht schon einer. Das ist eine alte Skelette. Was läuft da herum? Eine Ratte? Unwahrscheinlich. Wo? Da. Darum. Hey. Vorsicht. Schlitzer. Verdammt. Da kommt noch mehr. Ah, ich kann noch weg. Doe. Der. Da kommt noch weg. Uhe. Die. Doe. Da. Die. Ah, hier. Shit. Das wird nichts. Oh, ich wollte noch weg. Deine Wunden sind viel zu tief. Oh, wo ist denn der andere? Oh, Gott. Oh, ich habe keine Ausweite. Boah, der ist echt scheiße. Wow. Gerade noch so aus. Boah, alter Verwaltung. Oh, Gott. Nimm es dir und hau ab. Sie hat es zurückgelassen. Finde den Überlebenden. Vertrau uns an. Finde den Überlebenden. Hinter mir? Oh, ich kann echt nichts mehr. Du lässt davon? Du bist nicht besser als sie. Wo war sie denn? Ohhhh. Ganz zu großes. Ja, ich war voll im Arsch. Den habe ich nicht geschafft, ey, du. Deine Niederlage ist mein Triumph. Ach nee, das gucken wir uns an. Der Kreislauf beginnt von Neuem. Hä? Das war jetzt ein normaler Tod. Jetzt weiß ich, wir haben noch alles. So, dann gucken wir da hin. Direkt wieder hin, würde ich fast sagen. Ah, da bist du ja. Neues Ereignis schon wieder? Ja, genau, da wo wir hin. Das heißt, wollen, da müssen wir hin. Wir können ja mal hin. Wir können ja mal hin. Obwohl, es ist ja mal schon zu weit gelaufen. Ich wollte noch kurz abladen, aber... Wir können ja mal hin, das ist ja mal hin. Wir können ja niemals hin, die... Wir können das nicht ändern. Ja, wir können das nicht ändern. Wir können ja nicht ändern. Wir können ja nicht ändern. Ist der Typ der jetzt wieder da? Was vielleicht da herum? Keine Ratte? Unwahrscheinlich. Einfach ignorieren, Ash. Das glaube ich nicht. Hier ist gar nichts. Hier sollte eigentlich ein Ereignis sein. Also ein Gefährte. Das muss die Ereignis sein. Das muss die Ereignis sein. Das muss die Ereignis sein. Hier ist das eine Ereignis. Einfach eine Idee. Untertitelung des ZDF, 2020 Ausdauer Ja, da kann er nichts machen Ich liege hier schräg in meinem Sessel Ja, das ist die Kiste, ja. Oh, Rest wird toll. Das brauchen wir für eine Axt. Wo ist... Ich hätte gehofft, ich würde hier einen Gefährt finden. Toll. Toll. Ich werde mich nicht schießen. 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 Ich werde mich nicht schmerzen. Ich werde mich nicht schießen lassen. Ich habe mich nicht schließen. Arme Seelen liegen hier für alle Ewigkeit. Da sagt der Arm. Arme Seelen liegen. Die haben wir mittlerweile drauf, glaube ich. Diese Bombe aber noch nicht, diese Schießen, die kriege ich mir nicht verfolgt. Ist die irgendwo ein unversehrtes? Nein. Das ist die Tür. Das ist keiner. So. Achso, wo sollen wir ihn dreimal draufhauen? Mit einem schweren Angriff. Okay. Machen wir da auch ne Taktik. Wollen wir essen da mal? Ne. Wir haben aber ein paar Pflanzen gesammelt. Da könnten wir vielleicht Essen draus herstellen. Achso, das ist so ein Rind hier. Was höre ich denn da? Wir hätten hier drunter ein paar Pflanzen gefunden. Nein, nein. 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 Ich weiß nicht, ob ich direkt Geld... Ach, Geld... Essen mitmachen kann. Ähm... Ja, was wir uns schon herstellen können. Ich geh mal zurück. Guck mal, ob wir ein Feuer machen können. Wie oft haben wir jetzt gestorben? Zweimal schon? Oh, nein. Oh, nein. Ich sollte es nachsehen, ob da draußen noch mehr Leute sind. Nein! 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 Der war nicht da. Es war keiner zu Hause. Das sind alle drei Haufen. Nur die Schwachen gehen auf. Zappel nicht. So, wir können eine Faser herstellen. Die brauchen wir auf jeden Fall... So... Nahrung brauchen wir. So... Besser. So... 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 Und da würde ich sagen, hauen wir uns doch so ein rein. Der maximalen Gesundheit. Also das hilft uns gar nicht, das Ding. Und... Unverseuchtes Holz. Da müsste ich doch jetzt... Das Ding kraften können, oder? Ja genau, die Axt. So... So... Hm... So, hier brauchen wir... Fressmaterial finden wir mal. Wir können auch einen Bogen bauen. Gut. Genug Zeug gefunden. So... 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 Ein Bogen und eine Axt... Machen wir noch Pfeile... Aber nur unverseucht, das machen wir halt ein. 37 Pfeile. Wollen wir was für weglegen können. Äh. Nicht scheiß. Ich gehe alles weg bis auf die Pfeile. Was ist mein Ding alle? Den Bogen habe ich nicht weggelegt, ne? Ausfrusten, ausfrusten. So. Haltreich essen. Pfeile. 15 Grad ist Tach. Oder nicht? Tja. Tja. Okay, wir gehen erst mal... Jagen. Tja. 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 Was ist denn hier in Rind hier? Jetzt läuft der weg. Ich stehe nur hier. Was? Leichter herum. Eine Ratte? Unwahrscheinlich. Oh, shit. Tee. Tee. Verdammt, das braucht man. Wo war denn hier der Wald? Hier ist schon wieder ein Ereignis. Oh, hinten links. Wald. Da ist schon wieder was zu essen. Einfach ignorieren, Esch. So, fällt der hin. Feuerholz, unverseuchtes. Ah, nur brauchen wir den. So, jetzt haben wir hier doch wieder ein Ereignis. Wollen wir da mal hoch wieder? Vielleicht ist die wieder da. Hey, Vorsicht! Schlitzer! Verdammt! Okay, der ist wieder weggelaufen. Da war er nicht so. Wollen! Oh, noch ein Bogen. Der ist hier hochgelaufen. Du läufst davon? Du bist nicht besser als sie. Wollen bin ich weggelaufen? Ich finde den Überlebenden. Der ist definitiv hier hochgerannt. Ich vermute mal hier rein. Ich vermute mal hier rein. Da, siehste. Ist das alles? Die Kleine wird ein lecker Bissen. Für meine Auge. Schreckt, Kerl. Ich werde dich erledigen. Vielleicht zwei davon. Oh, Mann. Oh. Oh. Shit. Warte, der angegriffen. Verdammte! Und zurück! Du, einer weg? Steh doch nicht einfach rum! Na los! Verdammt! Dann bist du also doch nicht völlig nutzlos! Oh, die ist ja nett! Das Eismonster! Es wäre wach geworden, wenn du... Hey, du Idiot! Ich weiß, was ich tue, okay? Klar! Warum bist du dann weggelaufen? Als ich dich gesehen habe, wollte ich... ...habe mir deine Hackfresser einen verdammten Schrecken eingejagt. Wie kann ich das wieder gut machen? Mir meinen beschissenen Bogen ersetzen? Ich habe ihn mitgenommen. Hier den Bogen geben. Ja, können wir doch. Hier einen Bogen bauen. Hier deinen Bogen geben. Mein Bogen. Okay. Ah, nimm noch. Hier. Nimm meinen. Ist er okay? Andere hätten gesagt, verpiss dich weg und wir haben gegangen. Warum tust du das für mich? Ich brauche einen zum Holz fällen und zum... ...äh... ...fleisch jagen. Braucht er sich sowieso die... ...wie hast du deinen verloren? Du musst dich verteidigen können. Ich kann dich hier draußen nicht wehrlos zurücklassen. Wen nennst du hier wehrlos, du wilder Arsch? Ist er wieder angepisst. Selbstheilung niedrig. Nachkampf, Fernkampf hoch. Okay, ich schließe dich mir an. Man schickt die bestimmt nicht weg. Ich könnte jemanden deines Kalibers im Camp gebrauchen. Verdammt, ich komm mit. Aber das heißt nicht, dass ich bleibe. Gehalts sei da, wir haben's geschaut. Müssen wir aber noch da hinbringen, oder? Aber jetzt... Wir hatten zwei Bögen, oder? Ah, meiner ist aufweg. Shit. Die ist nicht mal weiß. Das hat mich aber schon geplündert. Glaublich. Das haben wir alles schon gemacht, ja. Okay, dann bring ich sie mal nach Hause. Dann können wir nämlich neue Sachen freischalten. Was ist denn da? Hier nur 10 Schuss, oder? Was ist denn da? Eine Haarmadel? Wird los. Hm. Dann werden wir hier einen zweiten Bogen mehr aufgehoben, ne? Ja, kacke. Ja, müssen sie auf jeden Fall ins Camp bringen, damit sie jagen und Holz fällen. Was ist denn da? Ich bin schon wieder kalt. Oh, warte, 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 warte. Das ist nochmal Stress her. Also erstmal, dass man da oben hoch, dass man den Gefährten kriegt, oder die Gefährtin. Das ist wichtig. Geht an seine Arbeit. Wick fällt Holz. Sehr gut. Hallo, Papa. Hallo. Ich habe jemanden mitgebracht. Aus der Wildnis. Sie heißt Wick. Ich habe sie am Rand des Lagers gesehen. Allein. Ich glaube, Wick ist nicht gerne unter Leuten. Sehr schön. So, ich brauche Feuer, ja. Oh, hier ist warm. Gut, sei Dank. Okay, schauen wir mal. Ne, heil ich schon wieder. So, gut, was wir hier haben. Wir haben umverseucht die Überrasse. Schmeißen wir mal rein. Können das letzte Essen. Essen. Achso. Kann man es auch gleich gebrauchen? Ja. So. Das Feuerhals können wir auch mal wegschmeißen. Okay, wir haben genug von. Den einen Pfeil da. Mal gucken, ob wir Heilkrams machen können. Vielleicht nur das Zeug. Vielleicht ein bisschen was zu essen. Naja, Heilung können wir nicht. So, können wir noch Pfeile machen? Ne, unversehrtes. Äh, wir haben Feuerhals, wir haben das, wir haben das. Zermöse Giftsporen, andere Zutaten. Maximale Gesundheit. Aktuelle Gesundheit. Bitter Wurzeln brauchen wir dafür. Ganz dringend. Ja, der Singfarm, das brauchen wir da nicht. Das behalten wir auch mal, dass die maximale Gesundheit, das ist Essen. Und, Kleines, was hast du gemacht, während ich weg war? Ich war heute ganz allein herum, mit geschlossenen Augen. Einfach so. Sie sah zur Abwechslung mal richtig friedlich aus. Mhm. Rumsitzen zu zahlen, so. Nix mit jagen, oder so. Der ist an derzeitigen Boni. Plus drei. Ich habe noch vier Hoffnungen. Das ist doch nicht so schlimm. Der Start. Äh, ja. 580. Holzfällen. Noch was Neues? Oh, ne, ne. Alles nochmal. Das ist ja blöd. Die haben wir alle. Also mittlerweile haben wir das, glaube ich, raus. Ich habe jetzt im Forum noch gelesen, wenn man hinten diesen Außenposten einnimmt. Äh, da kann man... Dann kann man... Da so hinten teleportieren. Ich brauche eine Bitterwurzel. Ganz dringend. So, wo wollen wir denn hin? Ähm. Kalt sind wir nicht mehr. Ich glaube, wir sollten das Teil hier mal versuchen. Einfach mal unser Gebiet erweitern. Ich habe keine heilen Sachen, um mich zu heilen. Dann schaffen wir das noch. So, dann können wir schlafen. So, dann können wir schlafen. Das wird... Dann werden wir etliche Male sterben, denke ich. Bis wir mal aus diesem ersten Tal rauskommen. Also wir werden nochmal neu starten müssen. Das wird nicht so einfach werden. Das ist kein Gegner zumindest. Und jetzt freil mich, ob ich den auch so machen kann. Jetzt freil mich, ob ich den auch so machen kann. Das ist kein Gegner zumindest. Du widersetzt dich. Wie kannst du es wagen? Ewige Glutfestmüllteile. Ja. Da hinten sich vielleicht noch ein. Da haben wir nichts besonderes hier gefunden. Das ist eigentlich nichts. Da wäre schon wieder so ein Teil. Hier ist ja was besonderes. Da hat zumindest da einen Wegpunkt markiert. Ich würde einfach jetzt immer bei den Neustarts erstmal alle Wegpunkte abklappern. Da ist ja der Schupp. Da waren wir, glaube ich, noch gar nicht, oder? Genau. Da, also. Heilverbrannt. Bitterwurzel und Giftsporn. Wir wollen es sehen nämlich gleich. Oh, man. Immer wenn ich im Menü bin. Ja. Deine Niederlage ist mein Triumph. Wurde auf 3. Das ging jetzt recht schnell wieder. Der Kreislauf beginnt von neuem. Man kann doch irgendwie Haltverbände schnell nehmen da unten mit den Tasten. Also wenn ich jetzt eine 4 einballer und dann oder 2 unter die Taste drücke oder so. Ich glaube, das habe ich falsch gemacht. Na gut. Pauze. Bis zum nächsten Mal. Tschöp.